Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Lungenkrebs. Inoperabel. Bitte verzeihen Sie, ich muss nur sicher sein, dass Sie voll verstanden haben. Nach der Chemotherapie habe ich bestenfalls noch ein paar Jahre... Chemie ist... Also streng genommen ist die Chemie die Lehre von... Stopp. Ein Wie viel Geld ist das? Etwa 700 Riesen. Sieht nicht guter Fangen. Ist es ein guter Tag? 737. 737.000 Dollar. So viel brauche ich. Genauso viel brauche ich. Aber du kennst das Geschäft. Und ich kenne mich mit Chemie aus. Deshalb meine ich... Vielleicht tun wir beide uns zusammen. Ich bin weinig come in leader of Night. Oh, Lord. Sagen Sie mir, warum Sie das tun. Aber im Ernst. Warum tust du das? Mit der Kohle. Hauptsächlich. Da ist es. Nein, kommen Sie. Mann, so ein Spießer wie Sie mit einem riesigen Stockermarsch wird jetzt auf einmal mit ihr, jetzt sind Sie 60, mit dem Kopf durch die Wand. Ich bin schufzt. Das ist verrückt. Total irre, dass das keinen Sinn ergibt, wenn Sie durchgeknallt sind. Oder so. Ich meine, wenn Sie verrückt geworden sind. Oder depressiv. Ich meine, ich meine ja nur, dann ist das was, das ich unbedingt wissen muss. Verstehen Sie? Denn das betrifft mich auch. Ja, und da ist das, oh, 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 oh. Well, I've been waiting for this all my, all my life. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh